Sehr geehrte Frau Gäste, auf der Oberlinie Acht ist derzeit nach einem Roadjob im Gleis der Zugverkehr weiterhin unregelmäßig. Ich stehe der Hunde, nach einem Roadjob im Gleis ist der Zugverkehr weiterhin unregelmäßig. Züge zwischen Besuch und Alexanderplatz verkehren derzeit nicht. Bitte begrüßen Sie die Berliner Straßenbahn. Wir hätten noch nicht für Ihr Verständnis.